hi meine motorblock freunde heute mal einfach mal ein ganz dickes ja ganz wirklich ganz ganz dickes danke 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 schön für die 50 abonnenten auf hochdeutsch die 50 abonnenten die ich jetzt endlich habe freut mich dass ihr mir ein abo geschenkt habt versuche natürlich meine qualität immer wieder zu verbessern immer noch ein bisschen weiter zu machen wird bestimmt auch alles neu geben oder etliches neues geben jetzt renne ich erstmal irgendwie ein bisschen den anstehenden regen davon aber wer angst vom regen hat hat angst vom moped fahren sag ich immer tschau tschau macht's gut dann geht's dann geht's dann geht's dann geht's Vielen Dank.